Herzlich willkommen zum juristischen Teil dieser Vorlesung. Ich freue mich sehr, Ihnen in den nächsten zehn Minuten das kurz zusammenfassen zu können, was ich in der Vorlesung in ungefähr 90 Minuten erklärt habe. Es geht darum, mit Ihnen gemeinsam darüber nachzudenken, wie das Recht auf das, was seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts so sichtbar zu werden begonnen hat, also Digitalisierung, wie also das Recht darauf reagiert hat und wie es darauf nicht reagiert hat. Ich will das nicht tun, ohne ein bisschen Werbung zu machen. Als ich die Vorlesung gehalten habe, war das unmittelbar davor, dass Max Schrems in einem Format, das ich mit verantworte, gesprochen hat, Videointerview gegeben hat. Asboni heißt das Format und in diesem Video geht es um ganz viele Aspekte, die ich hier jetzt nur streifen kann. Herr Schrems, ein Österreicher, ein österreichischer Jurist, betreibt seit mittlerweile 15 Jahren den Versuch, einiges von dem, was im Recht vorhanden ist, was ins Recht hineingeschrieben ist, dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Er beschäftigt sich mit der Durchsetzung von betroffenen Rechten, die sich aus der DSGVO oder Englisch GDPR, General Data Protection Regulation, ergeben. Und wenn Sie dieses Interview hören, dann werden Sie sehen, dass das, was im Recht steht, eben nicht immer das ist, was dann auch wirklich geschieht. Recht haben ist was anderes als Recht bekommen. Warum ist das so? Naja, das mit dem Recht bekommen setzt zunächst einmal voraus, dass man weiß, mit wem man es überhaupt zu tun hat, gegen wen man einen Anspruch hat, wie die Juristen das formulieren würden. Also an wen kann ich mich wenden, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Und da gibt es seit den 70er Jahren vielleicht schon im Ansatz, seit den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts dann sehr deutlich. Eine Grundproblematik, die sieht nämlich so aus, dass wenn man das Internet ansieht, so wie es im Jahr 2018 ausgesehen hat, was Sie da auf dieser Grafik sehen, ist eine Minute Internet im Jahr 2018, dass also seither ein großes Thema herrscht, nämlich, dass ganz viel von dem, was auf dieser Grafik zu sehen ist, nicht europäisch ist, sondern damals im Jahr 2018 praktisch ausschließlich amerikanisch war. Dass also relativ wenige Player, wir kennen sie alle, Meta wäre einer, Google wäre einer, vielleicht könnte man an der Stelle dann auch noch sowas wie Oracle nennen, also wenige Player auf der Welt das Internet unter Anführungszeichen beherrschen und ganz viele dieser wenigen Player eben nicht europäisch sind. Zwischen 2018 und 2021 hat sich dann ein bisschen was an dieser Torte verändert. Es hat sich nämlich verändert, dass da unten an dieser Torte ein türkiser Sektor dazugekommen ist. Dieser türkise Sektor steht für TikTok und TikTok ist ein sehr interessantes Beispiel, wo man jetzt sehen kann, dass in die US-amerikanische Dominanz dieser Plattform vielleicht ein asiatisch, in konkreto chinesischer Player hereinkommt und zwar mit einer ungeheuren Dynamik, mit einer Dynamik, wie man sie schon ganz lange nicht mehr erlebt hat, mit einer Dynamik, die jetzt nicht nur global gesehen existiert, sondern die zum Beispiel auch ganz klar innerhalb Österreichs in der österreichischen Jugend existiert. Das, was Sie hier sehen, ist ein Screenshot, mit dem das Nutzungsverhalten in Bezug auf soziale Medien durch Jugendliche in Österreich dargestellt wird. Und da sehen Sie, dass TikTok eine enorme Wachstumsrate aufgewiesen hat und eine enorme Wachstumsrate insbesondere bei den Jugendlichen aufweist. Nicht nur in Österreich, sondern auch zum Beispiel in den USA und weltweit. Und dann entsteht ein Thema, das dann auf den ersten Blick ganz schnell ganz langweilig aussieht, weil es juristisch aussieht. Auf den zweiten Blick aber dann eine einigermaßen große strategische Bedeutung hat. Es entsteht nämlich das Thema, dass wenn Sie TikTok nutzen und ganz viele von Ihnen tun das wahrscheinlich, da alle möglichen Daten anfallen und das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von TikTok ganz richtig drinnen steht. Also wir können natürlich unter Einhaltung des europäischen Rechts, Klammer auf, Zwinker-Smiley, Klammer zu, aber unter Einhaltung des europäischen Rechts personenbezogene Daten überall hin, insbesondere auch nach China, transferieren, sofern wir das für notwendig halten. Dieser amerikanische Kuchen aus dem Jahr 2018 ist also jetzt ein amerikanisch-chinesischer Kuchen geworden im Jahr 2022, 2023 und wird das immer noch weiter werden. Und damit können wir schon zum nächsten Thema übergehen. Das wird jetzt nicht nur in den sozialen Medien so sein, sondern das wird zum Beispiel auch bei dem nächsten großen Thema, das jetzt in den letzten Wochen ja ganz stark auf der Agenda war, nämlich im Bereich der künstlichen Intelligenz zu sein. Wenn Sie im Bereich der künstlichen Intelligenz sich ein bisschen umtun, wer da so erfolgreich ist, dann sind das wiederum auf der einen Seite US-amerikanische Unternehmen und auf der anderen Seite sind es asiatische, insbesondere chinesische Einrichtungen. Und bei all denen gilt natürlich das, was ich vorher schon anzureißen versucht habe, nämlich, dass die nicht notwendigerweise jetzt einfach so mal die DSGVO als die Datenschutzgrundverordnung oder irgendeinen anderen europäischen Rechtsakt als unverrückbares Datum annehmen, sondern im Gegenteil eigentlich relativ ungezwungen einmal was entwickeln und dann schauen, wie die Europäer darauf reagieren. Dieses Dilemma, dass also Europa irgendwie so wie ein Fleischlaberl, wie man in Wien vielleicht sagen würde, eingeklemmt zwischen der US-amerikanischen und der asiatisch- insbesondere chinesischen Industrie liegt, nämlich ursprünglich US-amerikanisch Software und chinesisch Hardware, inzwischen eben chinesisch auch Software. Dieses Dilemma ist nicht ganz neu. Was Sie hier jetzt gerade sehen, ist ein Screenshot von einem Strategiepapier der European Network Information Security Agency. Das ist eine Agentur der Europäischen Union. Das ist ein offizielles Organ der Europäischen Union, das mit Informationssicherheit und Netzwerksicherheit betraut ist. Und auch dort steht schon ganz früh, also wir haben da in Europa ein Problem. Wir haben nämlich das Problem, dass die Infrastruktur eben nicht europäisch ist und dass es damit relativ schwierig ist, europäische Werte und europäisches Recht durchzusetzen gegenüber nicht europäischen und an nicht europäischen Werten orientierten Unternehmen und staatlichen Akteuren. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, versucht man in Europa mindestens seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts regulatorisch auf die Entwicklungen zu reagieren, also Normen zu schaffen, Recht zu schaffen. Wenn man schon nicht die Infrastruktur und die Hardware hat, dann hat man zumindest Law oder Soft Code, mit dem man versuchen kann, auf die Entwicklung einzugehen. In der Vorlesung selbst habe ich gezeigt, dass diese regulatorischen Versuche sich wahrscheinlich historisch einordnen lassen in mindestens fünf Stufen oder fünf Wellen, dass aber alle diese regulatorischen Versuche im Grunde genommen an dem Dilemma scheitern oder an der Problematik scheitern, dass sie eben Dinge zu regulieren versuchen, die außerhalb Europas stattfinden und entwickelt werden. Und dass sowas wie einen fundamentalen Grundsatz im Recht gibt, der irgendwie mindestens bis ins römische Recht zurückgeht, nämlich dass im Grunde genommen rechtliche Autorität daran geknüpft ist, dass man ein Territorium beherrscht, dass man also irgendwo eine Grenze hat und sagt, innerhalb dieser Grenze existieren jetzt meine Regeln und keine andere. Ich habe das relativ stark entwickelt in der Vorlesung und habe dann am Ende eben versucht zu sagen, eigentlich hat sich seit den 70er Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert. Wir haben immer noch dieses Dilemma, dass wir mit Recht Dinge zu regulieren versuchen, die anderswo entwickelt werden und uns damit schwer tun. Historisch ist es allerdings nun so, dass man in Europa anders als in anderen Gegenden der Welt diese digitalen Entwicklungen regulatorisch sehr ernst nimmt und zwar mindestens seit den 70er oder 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr ernst nimmt. Zum Beispiel das Deutsche Bundesverfassungsgericht 1983, das ein damals wegweisendes Erkenntnis getroffen hat, mit dem es das sogenannte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung entwickelt hat. Das, was man heute vielleicht Datenschutzgrundrecht nennen würde und dieses Datenschutzgrundrecht so begründet hat, dass es gesagt hat, das hat etwas zu tun mit der Würde des Menschen. Es geht um den Schutz der Würde des Menschen auf der einen Seite. Es hat aber auf der anderen Seite auch etwas zu tun mit dem Funktionieren von modernen Demokratien, weil im Grundsatz jeder von uns irgendetwas zu verbergen hat. Und wenn ich nicht weiß, ob der andere weiß, was ich zu verbergen habe, dann werde ich mich in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft eben nicht so benehmen, wie das dort sein sollte. Ich werde also nicht frei meine Meinung äußern und frei agieren können. Dieser Grundgedanke ist mittlerweile mindestens 40, wenn nicht 50 Jahre alt, hat die europäische Entwicklung ganz stark geprägt, hat dann dazu geführt, dass wir in den 90er Jahren eine große Welle an Regulierungen erlebt haben, wie versucht wurde, auf das Internet zu reagieren und diese europäischen Werte das erste Mal in das Recht, in das europäische Recht zu integrieren und dabei immer schon seit den 90er Jahren eben auf dieses Dilemma gestoßen zu sein. John Perry Barlow hat es dann in den 90er Jahren formuliert in seiner Declaration of the Independence of Cyberspace, nämlich dieses Dilemma, dass wir eben in Europa uns schwer tun, etwas Außereuropäisches zu regulieren. Spätestens 2010 ist man dann draufgekommen, wir sind in Europa möglicherweise in der Entwicklung etwas hinten nach. Europa ist schlechter als andere Bereiche der Welt, wenn es um die Technologie und die Technologieentwicklung geht. Wie schon davor bei der Wahrung der Grundrechte ist man allerdings auf dasselbe verfallen, nämlich darauf zu versuchen, mit mehr Recht sicherzustellen, dass dieser Befund etwas besser wird. Man gibt also Antworten wie zum Beispiel die DSGVO mit all ihren Entwicklungsstufen und man gibt vor allem in der aktuellen Kommission eine Antwort, die da lautet, wir brauchen jenseits der DSGVO und jenseits des Grundrechts auf Datenschutz noch viel mehr Recht, noch viel mehr Recht, als wir das aus den 90er Jahren kennen, insbesondere in Form von Verordnungen, also in unmittelbar anwendbaren, geltenden Recht. Und heute sieht das dann so aus, dass die Frau von der Leyen, aktierende Präsidentin der Kommission, in ihrer ersten Erklärung noch bevor sie ins Amt gekommen ist, das hier als das große Ziel formuliert hat, nämlich in ihrem Digitalisierungskapitel Wir versuchen also in Europa gar nicht mehr vielleicht mitzuhalten mit den globalen Playern, sondern wir versuchen nur noch irgendwie sowas wie unsere technologische Souveränität zu wahren und tun das, ich habe es angesprochen, mit ganz viel neuem Recht. Wenn Sie heute Jurist oder Juristin in dem Feld sind, dann haben Sie schon mit den Farbcodes hier einiges zu tun. Das, was rot ist, steht für Dinge, die gerade noch in der Mache sind, also noch nicht in Kraft sind, aber gerade sehr fortgeschritten diskutiert werden. Das, was in grün ist, ist bereits geltendes Recht. Und Sie müssten eigentlich täglich an diesen Farbcodes herumdoktoren, weil sich ständig was ändert. Aber es ist eine Menge. Es ist eine Menge, die im Internet mit manchen Memes so beschrieben wird. Links oben, diese herzige Katze, ist die Datenschutzgrundverordnung. Das Kätzchen, das ist also sozusagen das, was niedlich ist und harmlos ist. Und das, was kommt, sind dann die immer schlimmer werdenden Ungetüme und Ungetiere. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Meme, auf der anderen Seite hat es aber auch was Wahres, weil eben dieses neue Recht außerordentlich komplex ist und in einer in sich dann immer wieder nicht von Widersprüchen freienden Beziehung zueinander steht. Damit kann man sich lange beschäftigen, um ein Ziel zu erreichen, nämlich die Plattformregulierung. Vielleicht wäre aber die richtige Antwort, nämlich also die Sektoren in dem Kreis, den ich am Anfang gezeigt habe, zu regulieren. Vielleicht ist aber die richtige Antwort eine andere, nämlich eine stärkere technologische Entwicklung, dass wir uns in Europa vielleicht auch wieder mehr darum kümmern sollten, die entsprechenden Technologien und Infrastrukturen zu fördern und zu entwickeln. Und ein ganz gutes Beispiel dafür, für eine europäische Entwicklung, über die man sicher länger reden könnte, wäre Mastodon. Also alles das, was sich rund um dieses Netzwerk gezeigt hat, das als unter anderem eine Antwort auf Twitter gesehen wurde. Vielleicht ist das eine Entwicklung, die sich ein wenig vertiefen lässt. Wenn das interessiert, auch dazu gibt es ein Asponi-Video. Ich würde mich freuen, Sie dort wiederzutreffen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank.